Marshall McLuhan war der Gründungsvater der Medienteorie. In den 60er Jahren wurde er zu einem der berühmtesten öffentlichen Intellektuellen und zu einer Ikone der Popkultur. Der Schwerpunkt der Ausstellung Marshall McLuhan und die Künste liegt auf McLuhans radikalen experimentellen Publikationen. Er ignorierte die herkömmlichen Verfahren des Wissenschaftsbetriebs. Stattdessen erprobte er seine Thesen, indem er sie in populären Medien veröffentlichte. Darunter Magazine, Taschenbücher und vor allem das Fernsehen. Die Darstellungsformen passte er dabei dem jeweiligen Medium an. You can do some things on some media that you cannot do on others. McLuhan ließ es zu, dass ihn die Medien vereinnahmten und die Medien belohnten ihn mit Berühmtheit. Der Medienteoretiker instrumentalisierte seinen prominenten Status bewusst, um in Echtzeit mit einem landesweiten Publikum zu experimentieren. Noch nie zuvor haben Kommunikationswissenschaftler eine so öffentliche Rolle in unserem Verständnis des technologischen Wandels gespielt. Auch heute noch ist McLuhans Denken so frisch und aktuell wie damals. In der heutigen Zeit ist die elektronische Umgebung zur zweiten Natur geworden. Vielleicht können wir jetzt der Bedeutung von McLuhans Denken begegnen. The Global Village is at once as wide as the planet and as small as a little town where everybody is maliciously engaged and poking his nose at everybody else's business. The Global Village is a world in which... In der nächsten Monaco The Global Village Let's go